Hallo ihr Lieben da draußen, die Andrea und ich sind gerade in den Vorbereitungen für unseren Vortrag am 20. Jänner in Graz zum Thema Anleitung zum Erfolgreichsein. Und heute werden wir darüber sprechen, wie ich denn erfolgreich durch den Weihnachtsstress komme. Andrea, du hast da ja eine ziemlich gute Methode und bitte lass es die anderen wissen, wie du das machst. Ja, ich mache es ganz einfach. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke schon im Oktober besorgt. Und was die Familie betrifft, es kommen nur meine zwei Kinder zu uns zu Weihnachten und da gibt es nur ein kaltes Buffet. Jeder hat dann, was ihm schmeckt. Und in der letzten Woche, jetzt vor Weihnachten, habe ich keine Termine mehr, weil ich mir sage, warum muss es bis zum 23. gehen. Also mach es mir so nach. Und denk dran, nichts ist so wichtig, wie nicht alles so wichtig zu nehmen. In diesem Sinne, eine schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachten.